Das Wichtigste ist, dass man nicht mehr Geld ausgibt, als man einnimmt. Das ist eine ganz einfache Weisheit, aber sie ist gar nicht so einfach umzusetzen. Im Jahre 2015 werden wir einen Haushalt haben, ganz ohne neue Schulden und dann wird auch die Gesamtverschuldung nicht nur relativ, sondern absolut kleiner. Wir fangen an, auf einen tragfähigen Pfad zu kommen. Wir sind die Wachstumslokomotive in Europa zurzeit und wir sind Stabilitätsanker zugleich. Wenn SPD und Grüne gemeint haben, gemeinsame Haftung wäre ein Akt der Großzügigkeit gegenüber unseren Partnern in Europa, dann haben sie einfach nicht begriffen, das würde niemals dazu führen, dass Europa auf einen grünen Zweig kommt. Deswegen gibt es da keine Alternative. Die Vergemeinschaftung der Haftung würde nur dazu führen, dass Europa insgesamt scheitert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017